so willkommen zum ersten teil dieser kleinen brusa mark 4 kit serie heute packen wir den drucker erstmal aus ich zeige euch die einzelnen komponenten was ihr in dem kit bekommt und teile so den ersten eindruck mit euch die box ist schon mal relativ kompakt ich habe hier mal zum vergleich noch die von mark 2 damals gefunden also definitiv ein ticken kleiner geworden und ja quatschen wir nicht lang rum machen wir den mal auf so ein ballblatt mit den ganzen schrauben zum nachmessen ja kalkgerät kabel usb stick haribo dann haben wir hier das netzteil ist immer noch das delta 24 volt wird dasselbe wie beim mark 3s sein schrauben schmiermittel für die lager mit entsprechendem aufsatz da meine ich dass zumindest beim mark 3 und 2 auch noch man die nicht selber fetten musste oder es zumindest einfach nicht in der anleitung erwähnt wurde jetzt scheint das der fall zu sein naja und dann haben wir hier kabel halterung ein bisschen zugehör reinigungsmittel ja pullis füße heizbett teile jede menge hier sind auch die lager für die z-achse haben wir jetzt die lmu 10 also 10 mm wellen und passende lange lager blöcke weiter schrauben ein bisschen werkzeug ein prosamen sample und naja dazu sollte man vielleicht noch sagen dass die ersten kit bestellungen da lag wohl ein fehler in der beschreibung vor und da liegt auch noch eine zusätzliche 1 kg spule prosamen dabei kann aber sein dass es mittlerweile rausgenommen wurde in meinem fall wurde die in einem zweiten paket mit noch ein bisschen bestellten zubehör verschickt und das liegt jetzt noch irgendwo bei dhl in einem sortierungszentrum aber das kit ist ja da und das ist das wichtigste ich bin froh dass es nicht andersherum ist dann haben wir hier auch das control board eine der wahrscheinlich wichtigsten änderungen zum mark 4 hin das gehen wir nochmal genauer ein die extruder teile das ist interessant hier die diese düsen heatbreak konstruktion mit oja mit ersatz thermistor das ist auch ziemlich gut und naja die lassen sich ja jetzt mit ein oder zwei schrauben ziemlich schnell wechseln im extruder als eine der großen neuerungen dann haben wir hier die zahnräder abdeckung da noch rein ok und dann diese naja heatsink artige konstruktion mit der eingebauten wegezelle kann man jetzt nicht so viel erkennen aber das sieht hier nach dem blog aus wo die dehnungsstreifen dann drin sind worüber dann die first layer calibration passiert und eventuell in zukunft auch noch weitere fehlererkennung etc geschehen kann sehr spannendes bauteil auf jeden fall und naja dann hier noch das display scheinbar so eine adapter platine für den extruder als breakout board wifi modul lüfter brauchen wir jetzt nicht näher anzuschauen hol ich mal das nächste aus der box ok die gedruckten teile auch nicht so spannend ok die elektronik das gehäuse für die elektronik ist nicht mehr gedruckt sieht auch einfach dadurch ein bisschen schicker aus die gedruckten teile kurz die qualität naja wie gewohnt nicht so gut wer mein video zu meinem besuch bei brusa in prague noch nicht gesehen hat kann sich das gerne mal anschauen da habe ich auch die print farm besichtigt und naja die drucker drucken hier halt sehr sehr schnell dadurch hat man hier so gewisse artefakte ich finde die teile nicht besonders schön finde es auch ein bisschen schade dass das kit nicht auch ohne gedruckten teile angeboten werden kann und dass wahrscheinlich dass das so stark optimiert ist wie man auch in dem video von mir sieht dass sich das für brusa und auch den kunden einfach kaum lohnt da kids ohne druckteile anzubieten dennoch naja bisschen schade egal hier nur die gedruckten teile erstmal beiseite dann haben wir hier die extrusion und front und rückplatte für den rahmen da wird sich zum markt 3 nicht viel geändert haben hier diese frontplatte rückplatte oder andersrum und eben diese 30 30 alu profile auch sehr schön gemacht nach dem schnitt eloxiert jetzt zu den linearwellen auch da einzige änderung die 10 mm wellen für z hier mal eine 8 mm welle daneben macht schon was aus wer jedoch karibu kennt weiß dass die das schon seit einem guten jahr oder zwei oder länger im angebot haben ist jetzt aber auch nicht so besonders sorgt einfach für ein bisschen mehr stabilität gerade auf der höheren höhe hier nämlich an die motoren ja auch da noch mal eine änderung wir haben jetzt 0,9 grad stepper steht jetzt nicht drauf müsste aber so sein wenn ich mich nicht irre vorher 1,8 grad für höhere präzision ich habe da bisher gehört dass das dafür den speed printing gar nicht so optimal sein soll weiß ich aber nicht habe ich selbst noch nicht genau untersucht und werde ich mir mal genauer anschauen hier noch der extruder motor man sieht viel viel dünner und hat auch hier direkt so ein zahnstange irgendwie drauf montiert gepresst keine ahnung wird also scheinbar nicht mehr geschraubt so das ist auch schon das letzte teil paket hier in der box hier haben wir das steel sheet das ist hier die smoother variante und das heizbett das fühlt sich gerade irgendwie ungewohnt an weil es so dünn ist liegt aber wohl daran dass die abstandshalter hier noch nicht montiert sind und ja doch die die ausrichtungsschrauben sind dran ja das ganze normale 24 volt heizbett ich denke nicht dass es eine wesentliche änderung zu dem von mark 3 hat der thermistor ist jetzt eben mit entsprechendem anschluss hier direkt installiert und gekrimmt aber ansonsten sieht das genau gleich aus und wird dann auch bei den upgrades beibehalten steht als auflage hier dann der carriage für das druckbett ok auch hier haben wir dieses muster wie gesagt hier kleines detail was ihr wahrscheinlich auch schon in anderen videos gesehen habt wurde 2022 bereits hergestellt das funktioniert dann ja wohl so ähnlich wie so eine hat injection molding wo das eben in eine form gespritzt wird und dann so rausge rausgestoßen und dann eben auch so bestempelt und markiert wird und hier dann noch der rahmen der wohl auch von den abmessungen gleich geblieben ist nur eben jetzt dieses hexagon muster auf der rückseite hat was an sich ganz schick aussieht aber denke ich wenn es eigentlich keine wirkliche funktion hat denn wirklich stabiler oder steifer macht es den rahmen nicht da das material ist schon ziemlich steif ist das war es dann auch schon mit diesem kleinen unboxing hier ich hoffe es hat euch gefallen und eine idee davon gegeben aus welchen teilen der drucker so in etwa besteht vielleicht auch wenn ihr noch keinen bruder gebaut habt und mal wissen wollt was erwartet euch da so es sind schon einige teile ich gehe aber davon aus oder erwarte einfach mal dass die anleitung wie immer sehr gut sein wird und im nächsten video werde ich euch zeigen wie der aufbau so läuft den ein bisschen mit für mit dokumentieren berichten wie es so lief wie ist die anleitung tatsächlich so hat alles geklappt und funktioniert und im letzten video dann so eine art fazit ziehen beispiel drucke zeigen input shaping testen und eben auch zum mark 3 und vielleicht auch karibu vergleichen abonniert also gerne den kanal und diese videos nicht zu verpassen und ja tschüss